Das war wohl falsch. Wer kennt sie nicht die musikalischen Talentshows wie DSDS, The Masked Singer oder The Voice? Die Kandidaten erhoffen sich Erfolg, eine Sängerkarriere groß auszukommen. Endlich sieht jemand, den sie alles kennen. Endlich stellt jemand die Welt offen, aber nicht jeder Kandidat ist geeignet oder genügend begabt. Bei manchen hat man schon mal den Eindruck, dass sie leih genommen werden, damit es was zu lachen gibt. Viele schräge Töne, leih wegen den Inschaltkoten. Als Musikerin weiß sie allerdings auch, wie schwer es ist, einen richtigen Ton zu treffen. Oder noch besser formuliert, den Ton einen richtig zu treffen. Kona ist perfekt und so passiert es halt auch in den besten Musikern. Einmal nicht genug konzentriert, kurz angelenkt oder auch eine schlechte Tagesverfassung und schon ist es passiert. Man hat den Ton nicht richtig getroffen. Als Musikerin weiß ich, wie schwer es ist, wie viele Stunden Übungen dahinter stecken und technisch war nie an einem Punkt, an dem man sagen kann, man ist jetzt perfekt. Aber als Musikerin möchte ich perfekt sein und allem die richtigen Töne spielen oder singen und das maximale Gefühl in die Musik legen. Aber wir seien eben alle nicht perfekt. Es wird allerdings von Musikern in Konzerte erwartet und selber zeigen einen immens hohen Druck. Manche Musiker kämen damit auf Dauer nicht zurecht. Einmal wieder hört man von Musikern, die aus seinem Grund umfangen, Alkohol oder Drogen zu nehmen, um eben mit seinem Druck fertig zu werden. Mir hilft es zu wissen, dass ich mein Bestes gebe, aber nicht für die Menschen, sondern für Gott. Wieso? Weil ich weiß, dass ich vor Menschen nie perfekt dastehen werde. Ich werde nie alle menschlichen Maßstäbe erreichen. Aber Gottes. Nicht durch das Halten von allen Gesetzen, nein, weil es selber in ihr schafft, wie ich auch nicht schaffe, jeden Ton richtig zu treffen. Aber durch ihn glauben. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, weil alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Aber Gott erklärt uns aus Gnade viel gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gott sieht mein Herz, auch wenn ich mal nicht den richtigen Ton treffe, auch wenn ich mal etwas Falsches tue. Gott freut, wenn ich mit dankbaren Herzen mit Freit spiele und Gott lobe. Er hat mir eine Begobung geschenkt und das ist jeden Menschen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise begobt. Entscheidend ist nicht mein Maßstab, auch nicht der von anderen Menschen. Nein, entscheidend ist Gottes Maßstab. Bei ihm müssen wir nicht perfekt sein. Paulus schreibt, Er trifft für dich allen im richtigen Ton, weil du ganz genau weißt, was du im Moment brauchst. Probierst nicht einfach selber, sprich mit deinen eigenen Worte ein einfaches Gebet. Schau und beobachte, wie Gott dir antwortet. Durch die Bibel kannst du Gottes wissen, wie er handelt, Unmenge von Geschichten und spannende, tiefe geistige Prinzipien kennenlernen. Meld dich bei uns unter info at myinput.it, wenn du gerne eine Bibel von uns gratis zugeschickt kriegst. Wir freuen uns, von dir zu hören und auf dein Like. Vielen Dank, dass du den My Input Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.